Was sagst du zum Preis für die Simracing Expo? Simracing Expo ist auch so ein Thema für sich. Ich werde auf der Simracing Expo nicht vorhanden sein. Ich werde nicht über die Simracing Expo reden. Moment, mach da ein Video draus. Paul, Alter. Okay. Also, was sagst du zum Preis für Simracing Expo? Fangen wir doch nochmal von vorne an. Ich persönlich werde dieses Jahr nicht bei der Simracing Expo sein. Ich werde über die Simracing Expo nicht reden. Und ich möchte auch mit der Simracing Expo im aktuellen Stadion nichts zu tun haben. Das liegt nicht am ADAC oder an der Simracing Expo per se, sondern arbeiten dort Menschen im Hintergrund, die ein, zwei Dinge machen, die ich persönlich nicht so feiere. Leider Gottes, und das muss ich jetzt dazu sagen, habe ich für einige Informationen ein NDA unterschrieben. Das heißt, ich kann darüber nicht reden. Es gibt öffentlich einsehbar für euch da draußen, weil das in Good Old Germany möglich ist, kann man einsehen, welche Firma dahinter steckt. In der Vergangenheit hat Kovana die Simracing Expo veranstaltet, also 2022. Und dort gibt es ein, zwei Ungereimtheiten mit Preisgeldern, Gehälter von Angestellten und so weiter und so fort. Man kann aktuell einsehen, dass es dort zu einer Insolvenz gekommen ist und dort eine neue Firma das übernommen hat bei der Simracing Expo, wo die Frau des ehemaligen Chefes, der von Kovana jetzt die neue Firma als Geschäftsführerin mitführt. Weil es für mich aber das Problem nicht behebt, dass dort immer noch dieselben Menschen in der Organisation im Hintergrund sitzen. Warum mir das so wichtig ist, kann ich euch sagen, ich persönlich möchte meine Reichweite für so etwas nicht hergeben. Ich war letztes Jahr, war ich dort. Letztes Jahr hatte ich die Möglichkeit, dort mitzufahren. Dafür bin ich sehr dankbar, dass mir das ermöglicht wurde, dass ich auch auf der Bühne sitzen durfte und mir die Plattform geboten wurde. Ich möchte aber meine Reichweite dafür nutzen, dass wir eine faire Bezahlung haben und dass Menschen, die dort beispielsweise teilnehmen, auch ihre Preisgelder kriegen. Aktuell wird dort dran gearbeitet, soweit kann ich schon mal sagen, dass da Sachen im Hintergrund passieren. Aber für mich persönlich hat sich bis dato noch nichts daran geändert, dass dort ein bisschen Mauscheleien im Hintergrund passieren und ich meine Reichweite dafür nicht hergeben möchte. Mein moralischer Kompass sagt mir, nein, wir gehen da nicht hin. Und deswegen habe ich keine Ahnung, wie teuer die Simracing Expo ist. Ich weiß nicht, wer dort ist und ich werde dort auch nicht hingehen. Punkt. Bis ich diese Sachen für mich persönlich, dass ich sage, ey, das ist schlüssig, man kann das alles öffentlich einsehen, es wurde mit allen kommuniziert. Bis das nicht der Fall ist, werde ich persönlich keinen Fuß in diese Richtung setzen. Deswegen weiß ich nicht, wie teuer die sind, deswegen weiß ich nicht, wann die stattfindet und deswegen weiß ich auch nicht, wer alles da sein wird, was das Rahmenprogramm sein wird und so weiter und so fort. Soweit ich das herausfinden konnte, hat die Frau schon immer zu einer größten Marketinggruppe, die über Kovana stand, gehören. Das mag alles gut und möglich sein, ändert aber trotzdem nichts an der Tatsache, dass das immer noch derselbe Name ist und da immer noch derselbe Mensch drin ist und dieselbe Familie drin ist. Also, wie gesagt, wenn ihr da ein bisschen recherchieren wollt, wie gesagt, ich habe an einer gewissen Stelle ein NDA unterschrieben, dass ich Informationen hier nicht preisgeben kann und daran möchte ich mich halten und das möchte ich auch respektieren, weswegen ich meine Worte extra so wähle und nicht einfach Anschuldigungen in den Raum reinschmeiße, die ich nicht belegen kann. Ich kann sie belegen, ich möchte diese Anschuldigung dennoch nicht tätigen, öffentlich, wenn ich keine Beweise hinlegen kann. Das ist das, was einsehbar ist für jeden, also für euch auch, wenn ihr nochmal nachgucken möchtet, könnt ihr das einsehen, dass das so in dieser Form stattfindet und ich finde das ein bisschen wingy-wonky. Punkt. Das mag sein, dass das eine gängige Praxis ist, wenn eine Firma insolvent ist, nichtsdestotrotz sind immer noch offene Posten und Gelder, die nicht gezahlt wurden, vorhanden. Und das kann man auch öffentlich einsehen. Punkt. Wie dieses Gemauschel da im Hintergrund abläuft, weiß ich nicht, ist für mich aber ein Indiz, dass da eine gewisse Mauschelung abläuft. Ist ja auch alles rechtens, soll alles so sein, wie es ist. Ich persönlich finde das nicht geil und deswegen gehe ich da nicht hin. Und das finde ich persönlich auch sehr schade, weil diese Veranstaltung sehr schön ist und wichtig. 25 Euro übrigens für die Veranstaltung ist definitiv nicht zu viel, absolut gar nicht. Und du hast die Möglichkeit, mehr als genug dort zu testen, vor Ort. Also 25 Euro sind für einen Tag nicht zu viel. Nein. Das ist sogar noch relativ günstig. Ändert sich noch was an den Ausstellern? Da bin ich mir nicht so sicher, Fauxpas. Ich habe nur, und das betone ich extra so, ich habe nur aus Hörensagen aktuell zu mir gedrungen, dass sich ein, zwei Aussteller zurückgezogen haben von der Simracing Expo. Was da jetzt genau dran ist, kann ich nicht bestätigen, dass es nur Hörensagen gibt.